Uh, Kanna! Uh, Dani! Es ist so kalt hier drin! Komm, ich wärme dich! Oh ja, bitte! Leg die Gynäkologen-Werkzeuge weg! Was? Wie bitte? Leg die Gynäkologen-Werkzeuge weg! Und wir haben sogar... eine... 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 eine Schneise! Komm, Kanna! Das ist einfach nur der Weg in unser Haus! Ja, und unsere Liebeschülle! Komm hier, Kanna! Komm rein! Noch einmal aneinander rubbeln! Komm! Ja! Dass die Fans auch was haben! Uh, gut zu sehen! Dani, wir müssen arbeiten gehen! Ja, okay, okay, wir gehen arbeiten! Ausnahmsweise! Später dann weiter! Sonst brüllt uns unser Chef wieder an! Okay! Okay! So, haben wir alles hinzugefügt? Dann starten! Ha! Das war ein Glückstreffer! So! Oh! Okay! Ist er mal schon da? Okay! Das wollte ich gerade sagen, macht das Intro! Oh! Blödi! Was war das jetzt für horrisch? Wie hörst du dich an? Ja, wenn das schwach war! Ich hoffe nicht! Bleibst du! Bleibst du! Bist du lahmarschig! Hallo! Ich starte das erste Mal! Wir rennen wie Hamster im Kiewic herum! Wir rennen! Ich rennen! Ich rennen! Ich rennen! Ich rennen! Oh, hallo! Oh, hallo! Komm zu mir in meinen Schritt! Was? 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 Ich hab nichts gesagt! Da ist er ja! Da ist er ja! So, Kana! Los! Du bist dran! Herzlich willkommen, unsere lieben Geisterjäger in Ausbildung! Wir sind hier mal wieder bei einer... Mein Spiel hängt! Okay! Er furtelt schon mit dem Kruzifix herum! Er will nicht schon wieder exerzieren! Wir sind mal wieder bei einer Geisterjagd! Mal wieder in einem Farmhaus! Und wir haben wieder unseren Yami dabei! Sag Hi! Hi! Sag Hi! Nein! Hi! Hi! Aha, ja! Okay! Äh, 25% Geisteszustand! Ja, normal bei mir! Im Bereich des Geistesbrücherstäbchen ausräuchern und entkommen sie dem Geist während der Jagd! Nein! Mit der Scheiße! Es ist ein Mark Anderson! Es ist ein Mr. Anderson! Oh mein Gott! Es ist ein... Warten Mark, ja! Oh no! Ah, Mr. Anderson! Kannst du so sehr heißen? Oh! 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 Notice me, Senpai! Notice us! Senpai! Oh! Mr. Boy! Let's go! Erst mal gleich gucken! Strom? Ja! Strom ist an! Okay! Ich gehe links! Ich gehe gleich mal oben gucken! Ich gehe unten! Wollt ihr sogar die Tür vor meiner Nase zumachen? Erst! Hörst du auf? So schiebe ich dir das Thermometer wo rein! Oh! Oh! Toll! Das wollte ich doch! Ja! Ja! So tief rein, dass es vorne wieder rauskommt! Findest du immer noch geil? Ja! Aber das Thermometer ist zu kurz! What the fuck? Hey! Was wollte ich? Ich habe nichts zugemacht! I don't make anything! Ich habe auch gerade nichts angefasst! Jetzt habe ich was angefasst! Gib uns ein Zeichen! Schau dir mein Ding an! Was? Äh! Äh! Ich glaube er ist hier! Der ist unten glaube ich! Er ist hier bei mir! Bei mir! Miami! Du hast hinter mir nicht die Tür zugemacht oder? Nein! Nein! Okay! Und ich habe ein... Hi! Gehört! Lass mich trotzdem hier oben mal gucken! Ob ich das Board finde oder so! Okay! Er ist auf jeden Fall in dem Raum! War der auch... War der auch mal im Kinderzimmer? Äh! War er auch schon mal ja! Ja! War der auch überall in dem Raum! Er ist da in einem Schlafzimmer wo das Bad ist und die Abstellkammer! Mh! Lecker Scheißhaus! Also im Kinderzimmer ist nichts noch nicht bei der Knochen! Dann komme ich jetzt runter! Okay! Bist du hier? Wo bist du? Oh! Da ist das Licht! Der Stromkasten! Was willst du? Wie alt bist du? Okay! Ist das Teil bei dir überhaupt? Ja! Es geht! Es geht! Ja! Aber er reagiert... Er sagt nichts erkannt! Und wir sind absolut sicher, dass er hier drin ist! Aber er hat hinter mir die Tür zugemacht und hat Hi gesagt! Ich glaube er wollte flirten! Was willst du? Was willst du? Fingerabdrücke sind hier schon mal nicht! Willst du Mauam? Okay! Er hat das nicht abgedreht! Da ist sie drinnen! Was habe ich gesagt? Ich hole einmal Kamera! Und ein Kruzifix einmal, falls er enthandelt! Aber keine Fingerabdrücke! Ja! Derweil noch nicht! Oder gar keine! Ja! Hast du das schon mitgenommen in die Uferlampe? Ja! Ah! Okay! Ich nehme die immer mit! Kana ist immer schnell dran! Los! Geil! Ich gehe in der Waschküche! Ich greif also Schnee! Gefraß! In der Waschküche ist der Knochen! Ja! Wer hat... Ja, mir hat die Kamera, oder? Fotokamera! Ja! I come in! Oh! He come! Oh! Sorry! Family friendly! Sie sich über mich beschweren, weisst du? Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Wo war das Ding? In der Waschküche hast du gesagt? Ja. Tu mal das Kruzifix. Wer hat das Kruzifix hingepackt? Ich packe das Kruzifix mal da. Da, ja. So, jetzt lasse ich mich, warte ich dir das Licht ab und bleibe mal alleine. Hast du noch irgendwas zum Hinwerfen? Nö. Okay, passt. Weil er scheint auf Gruppen und das wissen sie nicht, bla 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 zu reagieren. Gruppen oder alleine? Bist du hier? Er reagiert auf Gruppen und Leute, die alleine sind. Ja, deswegen sage ich ja. Auf Gruppen habe ich schon reagiert, da jetzt alleine. Was willst du? Anabiss. Gib uns ein Zeichen. Wie alt bist du? Bist du ein Mann? Bist du eine Frau? Ei. Also entweder ist wirklich nicht hier oder... Was war nochmal Journal zum Aufmachen? Jot. Äh, Jot. Hast du so lange nicht mehr gespielt? Also Jesus. Nein, aber dadurch doch einen neuen PC und so. Ach so, ja. Ja. I forgot it. Ach so, was heißt neuer PC durchs neue Aufsetzen? Neuer PC-Teile mehr. Könnte man sagen. Was bist du hier? Oha. Oha. Aber Kana hat 71 Sanity. Also wow. Kana versteckt sich gerade. Ich sehe aber keinen Geisterohr. Oh, da ist er. Oh fuck. Oder Axtmann. Es ist nicht Mr. Anderson. Aber hat er keine Gehranimation? Es ist der Bruder von Mr. Anderson. Also er spawnt auf jeden Fall draußen. Ja, dann ist er vielleicht in der Waschküche. Oder im Gang. Na ja. Uh, ha. Da rede ich einmal in die scheiß... Geisterbox. In die scheiß Box. Ey! Du Hunde-Kind-Lastet-Skrom-An. So, ich nehme noch ein... Geister... Ich nehme noch ein... Irgendwo draus. Bist du hier? Bist du hier? Bist du hier? Bist du hier? Nein. Irgendwo fast? Nein. Gib... Bist du hier? Hm. Ist viel schwieriger als vorher. Bist du hier? Dann fick dich. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Oh, er ist wie gerade durchs Salz gelaufen. Also er rennt umeinander. Hatte ich recht. Das sind keine Fußabdrücke. Also Fußabdrücke sind keine da. Buch? Hat jemand schon Buch irgendwo hingelegt? Oh, ich habe noch ein Buch. Ja, ich habe auch eins. Ich wollte das hinlegen. Da hat er gerade angefangen zu jagen. Legst du das hier ins Zimmer? Dann lege ich mal jetzt irgendwie draußen hin. Ja. Oh, er ist hier draußen. Hier ist er. Hier. 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 Acht Grad. Fünf Grad. Drei Grad. Doch, der ist draußen. Der ist draußen. Aber er läuft hier drinnen umeinander. Ich werde meins weiter vorne hinlegen. Hallo, gehst du auf? Tür. Das bin ich mit den Türen. Nur zur Info. Nein, ich bin nicht. Hinter dir kann er! Der wollte dir ins Zimmer braten. Der wollte dich hinführen. Oh, wir haben gefrierte Temperaturen. Yay. Oh, so, ich habe zwei EMFler. Ey. What are you doing, bitch? Der will mir an die Wäsche. Der hat schon wieder das Licht hier drin ausgemacht. Ja, der will. Der will. Krapfen. Ich will nicht. Der will 100 pro. Nein, 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 nein. Wow. Mua. Der will uns erschrecken. Das ist es. Der will die Sanity runterkriegen. Da ist der Ort, sehe ich keinen. Jana ist bei 30. Bist du hier? Ah, das war jetzt nicht ich. Er hat jetzt das Bier runtergeworfen. Der regiert voll aggro. Wo hast du Gefriertemperaturen? Der ist hier überall. Wo hast du Gefriertemperaturen? Das sind keine Gefriertemperaturen. Doch. Ich sehe doch meinen Atem. Bei mir aber nicht. Ich sehe keinen Atem. Ich sehe Atem. Mein Thermometer geht auch nicht. Also mein Thermometer nicht. Bei Thermometern. Ich sehe auch meinen Atem. Ich sehe auch meinen Atem nicht. Also ich sehe meinen. Ich nicht. Ich sehe auch keinen Atem. Aha. Okay. Auch nicht schlecht. Also kein Ohr ab? Nein. Ich meine, ich richte noch ein paar Kameras Richtung Wohnzimmer. Okay. Vielleicht hängt er ja im Wohnzimmer rum. Kann ja möglich sein, ja. Vielleicht geht das Richtung Wohnzimmer. Wir haben ja letztes Mal auch gehabt. Da war der Geist überhaupt ganz woanders. Und wenn nicht, ich meine, der kam jetzt sehr oft aus dem einen Zimmer. Du musst noch rein. Zanna, Achtung. Lauf. You never get me alive. Schleiße. Lara. Jami, du musst nachher dann noch rein. Deine Sanity muss noch runter. Weil dann haben wir das unter 25% geschafft. Weil Kana und meine Sanity ist schon unter 25%. Nur deine muss noch mal runter, bitte. Ich gehe auch freiwillig rein. Ja. Ich gehe mit dir. Nur Kana bleibt draußen. Weil ich muss Räucherstäbchen während der Jagd machen. Oh, warte. Das Klo, Papier. Der ist weg. Okay, dann komm du raus. Wir gehen rein. Jami, Sanity muss noch schwinden. Und Räucherstäbchen während der Jagd müssen wir auch noch machen. Und wir müssen wissen, was es für einer ist. Ich hoffe, ich kriege jetzt gefrierte Temperatur ab. Darf ich wenigstens meine Kamera noch aufstellen? Nein, bitte. Nein. Will er nicht. Wo ist denn das zweite Kruzifix? Wo ist das Kruzifix? Wo ist Kruzifixo? Ah ja, da fällt mir ein. Kruzifixo. Das christliche Shampoo. Ah! Das heißt, würde ich jeder selbst für das Haar streichen. Ich habe geräuchert, während er einen von euch verfolgt hat. Und dann ist er zurückgekommen und ich wollte um die Couch rennen. Oh, es sind wirklich gefrierte Temperaturen. Wo sind gefrierte? In der Küche hatte ich die, ja. Oh! Ich, du! Okay. Komisch. Ich habe gar keine gehabt. In der Küche hatte ich gefrierte Temperaturen. Okay, jetzt schaut sie mal, wie die Sanity ist. Seid ihr beide draußen? Ich habe halt im Wohnzimmer und alles gefrierte Temperaturen. Aha, ich habe gar keine. Ich habe gar keinen Geisteratmung. Ich habe hier wandert. I have seen a bitch. So, warte, wie schaut die Sanity? Warte, wir haben hier mich. Stopp, stopp. Das passt schon. Wir haben es schon erreicht. Nein, nein, nein. Nimm Tabletten. Wir haben es schon unter 25. Haben wir schon erreicht. Nimm Tabletten, bitte. Ich glaube nicht unter 25. Ja, aber im Durchschnitt. Insgesamt die ganze Gruppe. Ich bin ja tot. Bei mir gibt es keine Sanity. Und keiner Sanity ist null. Die sollte sich zwei Tabletten reinhauen. Ich habe eine Idee. Entkommen sie dem Geist, wer in der Jagd. Hat nicht funktioniert. Ich habe eine Idee. Ist die Tür offen? Achso, ich kann ja nicht klicken. Scheiße. Das hat keiner gehört. Das heißt, gefriert Temperaturen. Du sagst, du hast es in der Küche gehabt. Ja, wir haben nämlich die Jagd. Bist du hier. Aber du könntest ein Thermometer hernehmen, dann setzt es eh. Bist du hier. Wo ist denn der Wichser? Den gehe ich am Arsch. Den gehe ich am Sack in der Geisterwelt. Ich glaube, ich glaube, es ist ein Bier. Von wo kam der denn her? Ah, hier ist schon wieder gefriert Temperaturen. Der ist irgendwo... Der ist irgendwo... Der ist irgendwo in der... Im Wohnzimmer ist er gespawnt. Und ist dann hinter... Jami hinterher. Schreibe ins Buch. Mal ins Buch. Ich kann es leider nicht sehen. Oh, er hat ins Buch geschrieben. Oh, siehst du, dann ist es der Geisterraum. Das heißt, gefriert Temperaturen und... Und... DMF nur drei. Bist du hier? Dämon, Jurei. Das kann nur Dämon oder Jurei sein. Bist du hier? Bist du hier? Dämon, wenn auch Geisterbox. Bist du hier? Ja. Geisterbox. Dämon, raus. Mit euch. Run. Hast du meinen Körper bereit? Kannst du noch ein Foto von deinem Körper machen? Glaub ich schon. Okay, super. You're out now. Oh, Alkohol. Ja. Habe ich euch geschmuggelt. Ihr müsst euch ja betrinken. Ihr müsst ja meinen Tod verkraften. Wenn nicht, schmugg ich bei euch. Also, Reotemperaturen. Geisterbox. Dämon. Alles klar. Dämon. Na? Kann nicht mal so schlecht. So ein paar Sachen haben wir gescheit gelassen mit dem Antworten. Hä? Hä? Entkommen sie dem Geist, der in der Jagd hat, leider nicht funktioniert. Der Bruder von Mr. Anderson hat mich aufgewiesen. Ich bin dafür, dass wir gehen. Ja, können wir. Naja, du musst ja nicht vor ihm weglaufen. Du musst dich einfach sehen, damit er dir ein bisschen hinterherläuft und du musst dich dann verstecken. Ja, das wollte ich ja, aber ich hätte nicht den Kommen können. Nein. So, dann haben wir alles eingetragen. Bye, bitch. Okay, Fsi oder Magis. Der was? Äh, äh, äh. Burger King. Alles klar. Bis dann, Dani. Tschau. Viel Spaß mit deinem... Lieber langen Frieden. Nein! Er kriegt mich nie! Mein Körper hat aber nicht meine Seele. Die ist da jetzt auch gefangen. Ja. Nein, bin ich nicht. Ich bin jetzt in eurem Weng gefangen. Genau, weil du ortsgebunden bist. Fuck. Macht nichts, aber die Klonmaschine hat mich gerettet. Ich bin wieder am Leben. Schaut, ich bin wieder am Leben. I'm alive. I'm alive. I'm alive. Ich will meinen toten Körper sind. Wurde ist im Glas gezüchtet. Ja, na klar. Kann er auch. Ein Glaskind. Kann er auch. Sie ist. Kann er 120, 122. Ich bin ein Marmeladenglaskind. Wurde bist du ein Marmeladenglaskind? Oh. Ja, sie hatten keine Reagenzgläser mehr für mich gehabt. Oh. Ich bin ein Essiggurkenglasl. Schätze, ich hätte jetzt gesagt eher Bockwürstchen. Bockwürstchen. Ich bin ein Bockwürstchen. Ja, weißt du, von Frankfurt. Bei uns gibt es das ja nicht ein Glas. Oh ja, gibt es bei uns von Maika. Ja, das ist aber auch ein deutsches Brotow. Ja, weiß ich. Aber wir haben keine österreichische Mangel. Ja, bei uns gibt es sowas nicht. Unding. Ja. So. Let's do it. Genauso wie Schnitzeljägersauce drüber. Oh ja, ja, ja. Weißt du, was du meinst. So. Dann, Kana. Verabschieden oder macht es diesmal yummy? Diesmal yummy. Los. Was? Nein. Warum? Verabschiedet dich, Leute. Das war's mit dieser Wolke. Und bye. Tschüss. Wow. Und noch eine Nahaufnahme von seinem Arsch. Komm. Zeig dem Mädels was. Dass die Weibe auch was haben zum Sehen. Ja, genau. Shake your booty. Ja. Shake your booty. Shake your booty. Shake. Shake. So. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute.